Jovisa, Swiss-Made-Schmuckstücke fürs Handgelenk. Mein Name ist Simon Wies, ich leite die Firma Jovisa in dritter Generation. Jovisa wurde von meinem Grossvater Josef Wies vor genau 65 Jahren gegründet. Als Schweizer Marke stellt Jovisa, nipft den Qualitäts- und Designanspruch an ihre Produkte, auch höchste Ansprüche an ihren Service. Wir stellen Uhren her, betrachten sie jedoch eher als Schmuckstücke fürs Handgelenk. Beim Design verwenden wir intensive Farben und vielfach fassettierende Gläser. So haben wir eine unverkennbare Markenidentität erschaffen. Hochqualitative Schweizer Uhren kombiniert mit ausgefallenen und exklusiven Designs. Jovisa Uhren sind zeitlos, modern und stechen durch eine einzigartige Qualität hervor. Finden auch Sie Ihr Swiss-Made-Schmuckstück fürs Handgelenk. Mehr Informationen online.